Hallo! Seven in the house! Müsst du mir etwas sagen, he? Ah, wir haben ein Lied gemacht und ich durfte mit Stefanie zusammen singen. Du schimmst mich aus dem Bild. Du schimmst mich an der Hand vom Bild. Weisst du, was ist der Scheiss bei dem? Was? Es ist spiegelverkehrt. Erstens schaut man immer hier im Bildschirm. Und es ist spiegelverkehrt, schau. Ich muss mich extrem konzentrieren. Warum? Weisst du, wenn ich hier drehe, das Bild ist anders. Also, du bist eigentlich... Warte mal... Wow... Jetzt darf ich mich nicht mehr bewegen. Der Kamera ist arm. Das ist mein Arm. Duh! Es war klar, merci. Wir hatten noch russische Ingenieur heute. Der Duh! Ja, merci. Das war lustig. Merci dir und so. Hoffentlich nicht mehr. Ja, das sowieso. Und ja... Das wollte ich nicht mehr lange getan haben. Das wollte ich nicht mehr.